willkommen zurück zu einer weiteren folge fortnight hier auf meinem kanal wir spielen wieder eine neue map die 305 level fishy run map direkt gestartet ich kann so viel sagen es gibt wieder xp auf dieser map für den battle pass und es rendiert sich tatsächlich ich habe die map zusammen mit meinem sohn und daco gespielt und es gab ordentlich xp als wir es zu dritt gespielt haben alleine weiß ich nicht wie es ist das werden wir gleich herausfinden so natürlich privates match da ich das allein spielen möchte nicht mit anderen und wenn ihr map codes habt maps die ich spielen sollte ich auf youtube schreibt mir gerne in die kommentare die map codes ich schaue sie mir an und dann werden sie gespielt ihr könnt auch gerne zu schreiben ob ich euch erwähnen soll oder nicht mache ich aber natürlich sehr gerne ich bin da nicht so und ihr könnt auch gerne zu schreiben ob sie alleine spielen soll ob ich sie mit jemandem zusammen spielen soll dann kriegt man das schon gebacken so kurz räuspern und weiter geht's da ist der start da muss ich da warte mal muss ich wir sind am ziel nice moment ich muss die map noch mal neu starten aber wo wir waren das so hier fortschritt zurücksetzen so ok dann noch mal auf ein neues genau so hier starten das war jetzt mal ein totaler feld 164 ip pro checkpoint ok doch nicht dann ok der erste checkpoint etwas über 100 xp die nächsten geben nur 28 aber das rendiert sich trotzdem wow bei 300 level lohnt sich das tatsächlich das sind 2800 5600 etwas über 8000 ep für hallo für alle level zusammen ja das lohnt sich hier runter mal wieder gucken ob hier fallen versteckt sind so wie hier zum beispiel haha das hat geleckt ähm hallo Okay, hochziehen ist ausgeschaltet. Ernsthaft? Loll, okay. Ähm. Ähm. Nein, ich bin tot. Ausnutzen, schnell. Ja. Haha. Äh, Zoha. Zoha. Und Zoha. Nicht mit mir. und ja, hochziehen ist ausgeschaltet. Wow. Wow. Machen wir es so. Schnell. Nice. Schön, schön. 43 Schlager haben wir schon. Okay, warum hier an der Seite ich Bounce Pads sind, ich weiß es nicht. So. Hier ist egal, welche Richtung ihr rennt. So, und hier gibt es natürlich den Trick mit der Tür. Miau. So. Nein. 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 Oh mein Gott. Nein. Warum ist die nicht gesprungen? Ja, also hochziehen ist definitiv deaktiviert hier. Oh, ich habe es geschafft. Und das haben wir auch geschafft. Hä? Ah. Ich verstehe. Bounce Pad. Ja, mit Anlauf. So. Ne, so nicht. Aber so. 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 Dann machen wir das halt so. Nein. 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 Oh. Die springt manchmal nicht richtig. Äh, äh, hallo? Oh. 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 So. So. Nächster Abschnitt. Dschungel. So. So. Das haben wir. Das haben wir auch. Da war eine Pfeile. Wow. Äh. Und jetzt? Ah. Ich habe ein Secret Teddy gefunden. Ja. Das sieht mir aber nicht ganz nach Dschungel aus, tatsächlich. Nein, zu weit. Oh. Oh. Aber ihr seht, die, äh, Erfahrungspunkte, die lohnen sich tatsächlich. So. Ich mag ja solche Abwechslung in den Jump'n'Runs. Also es darf nicht immer nur eintönig sein. Hehehe. So. Na dann. Eislevel. So. Ja, dachte so, du kannst mich aufspießen, wa? Okay, gucken. Keine Pfeilen versteckt. Sehr schön. Und nur nichts. Das ist okay. Oh. Schön. So. 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 OahNARittle So. Nice. So. 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 dann müssen wir das so machen so 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 Ach komm. So. Ähm. Oh, schweigart. Oh, okay, da war was unsichtbares. Ähm, hallo? So. So. Ah, das mag ich ja überhaupt nicht. Sag mal. Und im Zug hat es geklappt. Sehr schön. Und noch ein Versuch. Ähm. So, und noch ein Versuch. Und noch ein Versuch. So. Ja. Okay, das ist beschissen. So. Da musste mir tatsächlich mein Sohn helfen. Hier muss man fürstschweig ins Fenster springen. So. Nein. Warum ist der nicht gesprungen? Ach. Da oben war noch ein Bouncepad. Lol. So. Nächster Abschnitt. Was macht man mit der nochmal? Na ja. So. Nächster Abschnitt. So macht man es auch nicht. Aber so. Ja. Man sollte schon aufs Bouncebett oder komplett rüber. aus. So. Wow. So. Oh. So. 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 Mann, hab ich Schwellen gehabt! Nein! Okay, da ist jetzt einfach ein bisschen los. Nein! Oh, ich hab's geschafft! Ich darf nicht an der Decke hängen bleiben, okay! So, Schuhe, geht ihr bitte weg! Nice! Hallo? Oh, ich hab's geschafft! Was ist das? Nein Aber ihr nutzt das ganz kurz aus. Nein! Ah... Ah... the wind, so... Ah, so... the... the... the 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 Nein, du sollst sprinten, bitte. Komma. So. Aha. So. Und so. So, 2000 XP für... ...ein Battle Pass. Ey, da wo sind wir denn hier gelandet? Man könnte auch auf den Fässern lang springen, aber möchte ich nicht. Wow. So. Okay. Hui, das war zu weit. Da geht's gar nicht lang, lol. Willst du mich verarschen? Ähm. Wow. Okay, so macht man's nicht. Macht man's so. So. Äh, ist hier irgendwo gezielt? Ne, okay. Okay. Dann einmal so. So. Wie viel Hammer? Nummer 215 von 305. Läuft. Na, 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 ey. Der hat festgepackt. Der hat festgepackt. Wow. Wow. So. Sag mal, willst du mich jetzt ganz farsch, ne? Ey, das... Ganz echt, dieses Gelänge, ey, wenn man sprintet und springt in dieser Map. Das... So. Oh okay. So. 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 Okay, wie geht das am besten? So nicht. Ja, so ähnlich. Ungefähr so. Boah, das ist mies. So, dann gucken wir einfach mal in die Decke, dann wissen wir wo es lang geht. So, was ist das? Level Skip. So. 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 Nein! Wow! Gibt es sowas besseres? So. 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 Ich war doch schon dort, wo ich denn wollte. Alter, Moment. Ich will da rüber. Ich will doch diese fucking Anker. Jetzt hör doch mal auf zu lenken, wenn ich die Sprinten aktiviere, Mann. Du Scheißding. Alter, ich fall genau zwischendurch. Geht es nämlich eigentlich... Ganz verarschen jetzt hier. Alter. Ich skipp das Level gleich. Natürlich rutsche ich wieder an der Seite lang. Okay. All right. Jetzt komm ich gar nicht mehr lang, schön, ey komm ich skipp das Level, das kannst du Käm erzählen, jetzt stehe ich wieder hier, kannst du Käm erzählen, ja, nein so weit, Oh, schweigert, so, ähm, nein, ey, jedes Mal wenn ich sprinte, ganz ehrlich, was ist mit dieser, hier schon wieder, das ist nur, wenn ich auf diese eine Map sprinte, ist diese Scheiße, hier geht's wieder, das ist nur an bestimmten Level, das ist so scheiße, ach, leck mich am Arsch, die ganze Scheiße nochmal, Maria, Ne, da will ich nicht lang, Lass! Lass! ... ... ... ... ... ... Ah, so Ja, ba, 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 ba Oh Oh Ja Ah, hier Jetzt kommt das wunderschöne Unterwasserlevel Hier, schon immer, wenn ich sprinte, ne Das kannst du mir nicht erzählen, dass das gewollt ist Oder dass das nicht gewollt ist Ähm, und jetzt? Hä? Ah, ich verstehe Ähm Bist du da drüben drauf? Jo Ach komm, wieder kein Sprinten an Und wieder hat's so komisch gebackt Hä? 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 Ich muss doch auf den Fisch, oder? Lalalala Ja, ich muss auf den Fisch Und hier weiß ich's nicht Nö, ich muss die Scheiße nochmal machen Oh, leck mich fett, ey Hä? Hä, aber Wie mach ich denn das hier? Hä? Da ist ein fucking Bounce Pad Und jetzt krieg ich den Slide-Effekt erst Wow Wow Nein Haha Alter, und wie? Ich will einfach nur, äh, sprinten und springen und... Nee Okay So 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 Ja, komm. Da geht es gar nicht weiter. Hä? Hä? Ha, gehen wir hier oben weiter. Okay. Man sollte die Reifen aber auch erwischen. Alter. 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 Nein, schwein gehabt. Pongrek, schneller! Wow! Hm, nein, noch nicht. Was? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Der bremst hier vorne ab. Ne, ich skippe das. Ich weiß nicht, dass der bremst und jedes Mal ab wie er gesehen hat. Nein! So, die letzten paar Level. Okay. Nein! 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 Da war's doch. Nein! 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 Oh, die letzten 8 Levels sind angebrochen, ja. Man sollte auch richtig abspringen. Oh, da gab es wieder ein paar XP für den Battle Pass, nice, nice. Es ist kein Bounce Pad da unten. So, wir haben es einfach mal ganz kurz ausgenutzt. Und ich hatte keinen Sprint an, aber das nutzen wir jetzt auch einfach mal aus. Oh, das ist ein Bounce. Hey, da. Egal, es ist mich. So. Och komm Und GG Wir haben es geschafft Nice So das war es dann aber mit der Map XP gab es auch gut So wenn euch die Map Bisschen gefallen hat Ähm Rapcode gibt es in der Videobeschreibung Ansonsten lass gerne einen Daumen nach oben Da lass Kommentare da Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video Bis dann bleibt uns spannend genießt den Tag Und bye bye